Hallo, ich bin Doris Kiundke aus dem Aikido Zen Dojo in Würzburg. Hier seht ihr mich wieder alleine bewegen, wie in den ganzen Videos vorher. Aber in diesem Video kommen jetzt auch mal Ausschnitte aus unseren normalen Trainings. Nach der langen Corona-Pause konnten wir jetzt endlich wieder anfangen, auch mit Kontakt zu üben. Zwar in kleinen Gruppen nur noch, aber immerhin. Und der erste Ausschnitt, der da jetzt kommt, der ist aus dem Erwachsenentraining. Das sind also hauptsächlich sehr runde, weiche, fließende Bewegungen, die man da sieht. Und es macht auch total Spaß und tut total gut, dass man endlich wieder mit Kontakt trainieren kann. Wir haben zurzeit zwei Erwachsenentrainings im Dojo, ein schnelleres, ein langsameres. Eines noch draußen. Und zwei Kindertrainings. Also wir sind noch nicht bei unserem Level, was wir sonst an Trainingsangebot hatten. Das ist ja jetzt erstmal wieder so der Beginn nach der Pause. Manche Leute lassen es auch noch ein bisschen langsamer angehen. Fürs Training selber haben wir die ganze Zeit Fenster auf. Im Eingangsbereich und in der Umkleide müssen wir natürlich Maske tragen, wie das so üblich ist zurzeit. Und von der Kleidung her, also wir haben keine Haarkammer an. Die Kinder haben hauptsächlich nur Hose, T-Shirt ohne Gürtel an. Einfach, dass wir auch die Zeit in der Umkleide nicht so lange haben, die wir uns da aufhalten. Und es gibt auch viele Sachen, die man alleine bewegen kann, die auch gut fürs Training sind. Einmal zur Vorbereitung oder auch zur Übung von Gleichgewicht, Wahrnehmung, Körperbeherrschung. Das sind jetzt kleine Rollen. Also so fängt man normalerweise an, auch bei den Erwachsenen. Also wenn man neu ist und wenn man dann eine Weile trainiert, dann kann man auch aus dem Stand rollen oder einfach ein bisschen dynamischer halt bewegen. Aber da kann sich jeder in seinem eigenen Tempo entwickeln. Also da muss man sich keinen Stress machen, wenn man jetzt noch nicht so über Leute springen kann. Aber wenn man das kann, macht das natürlich Spaß und das ist dann auch ein Teil vom Training. Einmal ist es eine gute Vorbereitung für die Aikido-Technik selber, dass man dann auch frei aus der Aikido-Technik rausrollen oder fallen kann. Und es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, Kondition aufzubauen. Also man kann da sehr viel rollen. Und eine Einheit machen wir bei den Erwachsenen auch zusätzlich im Moment, wo wir einfach ein bisschen Fitness trainieren, nach der langen Pause, um das wieder aufzubauen. Und da sind natürlich auch sehr viele Rollen dabei. Manchmal will man natürlich einfach so ein bisschen miteinander rumfetzen, dass es Spaß macht. Das ist auch gut. Und dann kann man sich auch wieder mehr mit ein bisschen technischen Sachen beschäftigen. Das ist alles Bestandteil von so normalen Trainings. Und jetzt beginnen die Sommerferien. Wir werden auch in der Zeit weiter trainieren, dass wir die Zeit noch nutzen können, weil eben die Pause so lange war. Das waren mehr als zehn Wochen. Und was im Herbst kommt, weiß ja auch keiner. Wir hoffen natürlich, dass es normal weitergeht. Und dann wird es auch mehr Videos vom Training geben oder auch über Aikido allgemein. Vielleicht auch von Lehrgängen, wenn wir wieder mal jemanden auch von auswärts einladen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns weiter zuschauen wollt. Könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Passt auf jeden Fall auf euch auf und bleibt gesund. Und vielen Dank auch an alle, die an diesem Video mitgewirkt haben, vor der Kamera und hinter der Kamera.